Hast du Knete? Ja. Wo bist du? Ich bin noch nicht. Du musst mich machen. Okay. So, fertig. Wie findest du die Schuhe? Ich kann nichts sehen. Sorry. So. Die Augen sind scharf. Ich brauche keine Brille. Nun bring mir einen Spiegel. Sorry. Unmöglich. Mach mir eine Boutique. Wieso kannst du ohne Mund reden? Ich bin noch nicht.